Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deus Ex Mankind Divided, ich wollte gerade eben sagen Human Revolution, aber ist es aber nicht. Gut, ähm, den kann ich einfach mal so ausknocken. Verarschen. Und F1, ne. So, jetzt habe ich ein Problem. Sie, weil meine Biozelle gibt so langsam den Geist auf. Äh, ne, ich will ihn ziehen. Nein, ich will ihn ziehen. Dass ihm, dass der andere ihn nicht entdeckt. So. Hier rüber mit dir. Ja, toll. Credit Chip. Äh. So. Augen aufhalten. Okay. Ich will unentdeckt bleiben. So. MacReady, wie kommen Sie voran? Langsamer als erwartet. Als hätte hier unten jemand... Ach. Natürlich Tutorial. Ein G, um eine Granate zu werfen. Ein G, um eine Granate zu werfen. War das eine... Ah, das war, glaube ich, eine Gasgranate. Okay. Äh, drücken wir die 4. Okay, die F2 für Typhoon. Okay. Ja, gut, Schatz, sollten Sie erst Typhoon drücken, okay? MacReady, wie kommen Sie voran? Langsamer als erwartet. Als hätte hier unten jemand einen Friedhof umgepflügt. Wie bitte? Als es 27 losgingen, müssen alle zu den Treppen gestürzt sein. Überall Leichen. Auch einige ihrer verwandten Jensen. Soll ich Ihnen ein paar Teile mitbringen? Keine Teile. Ach, die geht eigentlich nicht so weit. Aber wenn Sie fragen, ich nehme ein mit Milch und 2 Stück Zucker. Okay. Okay. Gib mir mal deine Kohle. Ne. Keine Waffe für die Munition. Wow. Oh oh. Da muss man auch ein bisschen Munition sparen. So muss ich da hinten, auch da hinten. Okay. Da hinten steht wieder einer. Jensen, wie ist Ihre Position? Ich arbeite mich durch die Penthäuser. Vergessen Sie nicht den Funkverstärker der Jinn. Deaktivieren Sie ihn, falls möglich. Roger. Okay, man sieht auch da, wo die ganzen Gegner sind. Natürlich verbraucht auch der Energie. Ähm. Ja. Oh shit. Ja, ich habe ein bisschen in die Pfeil. Ich war ein richtiger Pfeil. Oh. Nein. Oh oh. Ich glaube, das war's. Oh Gott. Verdammt sind das hier viele, ey. Jetzt aber schnell durch. Hui. Ei, 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 ei. Naja, hier stimmt wirklich was nicht. Alter, wie viele das hier sind, ey. Mal schauen, wie weit er kommt. Ansonsten muss ich ihn ausknocken. Okay. Alle mal hier hören. Chang hat sich in das Funk-Signal der Gin gehackt. Ich schalte uns jetzt drauf. Gleich müssten wir sing hören. PDA? Na, was machst du? Ui, 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 ui. Über mir ist einer. Das ist die Frage. Wie weit du gehst? Ich geh mal hier in Deckung. Ich mag diesen Ort nicht. Nee. So viel Tod. Ich hab bis jetzt noch keinen umgebracht. Eher nur schlafen gelegt. Junge, Junge. Scheiße, drei Stück auf einem Fleck. Ernsthaft? Ich meinte, wir sollten bei ihm im Atrium sein. Nicht hier rum. Ui, 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 ui. Hier oben läuft einer rum, oder? Nee. Okay. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ah, Hauptmissionen, Nebenmissionen, interessante Orte. Okay. Was ist das? Multitool. Ah, man kann Sachen verschrotten. Verfügbare Teile. Okay, ja. PDA-Einträge. Oh, nee, das ist mir ein bisschen so doof, alles zu lesen. Wichtig ist, ähm, PDA-Einträge haben manchmal Passwörter in sich. Oder geben halt Hinweise für ein Passwort darauf zu. Ähm, da ist es halt immer wichtig, äh, die ganzen PDAs mitzunehmen und diese auch dementsprechend zu lesen. Benutzen, okay. Verdammt, was machst du? Puh. 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 Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Puh. Man muss auch bedenken, ich spiele nicht auf leicht, sondern auf normal. Um das euch zu zeigen, kann man hier jederzeit noch den Schwierigkeitsgrad etwas runterdrehen. Gelb ist ausgewählt, gebt mir eine Herausforderung. Jawohl. Da bin ich mal im Spättermverlauf gespannt, wie sich das anfühlt, wie oft man da stirbt. Ja. Das Problem ist, du bist jetzt da hinten dran. Eine Gasgranate habe ich noch. Ja, okay. Was? Aha, interessant. Wow, 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 wohin mit dir? Oh Gott. So, fünf Schuss hast du nur bei dir. Na dann. So, was gibt es hier noch zu entdecken? Ah, so nichts mehr, okay. Augmentierter Bauarbeiter, okay. Gut. Ah, wieder hacken, sehr schön. Sicherheitsstufe 1, okay, verbleiben Versuche 5 und 5. So, hier sind wir. Ähm. Ah ja, mit W, A, S, D kann man da, ähm, dich bewegen. Was gibst du? Verzeichnis, okay. Verzeichnis, Verzeichnis. So, ich kann mir jetzt noch zwei Punkte auswählen, wo ich hingehe. Ähm. Natürlich in den kürzesten Weg, das wäre bei dem hier, den, den, den und den. Das andere wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, naja. Gut. Äh, noch einmal nachgehen. Jawohl. Die nächsten auswählen. Die nächsten auswählen. So. Oh ja, das dauert. So. Und dann sind wir aber schon gleich drinnen. Supi. Okay. Hier ist Jensen. Zugangswege sichert. JIN sollten kein Problem sein. Over. Verstanden. Wurde auch Zeit. Feindlicher Heli gesichtet. Okay, Einsatzteam. Position und halten. Strike one, in Stellung. Strike two, bereit. Strike three, klar. Strike four in Position, Boss. Augen nach oben, erzichern, Männer. Ohne Scheiß, Braunase. Hüten Sie Ihre Zunge, Harley Day. Haltet den Mund. Fünf in Position. Höchste Wachsamkeit. Sing hat Sichtkontakt zu Shepard. Schalter auf, mithören. Ziel im Einsatzgebiet. Sing ist hier unten, also Vorsicht beim Feuern. Sie haben Eier, Sing. Das hier mit einem Sandsturm im Nacken durchzuziehen. Der Verdienst gebührt allein Mutter Natur, Mr... Nennen Sie mich Shepard. Sehr erfreut. Sind das die Waffen? Die Aux. Wird immer schwieriger, sie zu beschaffen. Die Waffen sind noch im Helikopter. Zeigen Sie mir das Geld dann. Was zum... Die Party wurde gestört. Shepard ist tot. Was? Wer? Was geht da unten vor? Miller. Das sind nicht die Djinn. Wiederhole. Nicht die Djinn. Sie wollen die Waffen? Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Einzeln wir ihn rein! Sie wollen zum Helikopter, können Sie schießen? Negativ, negativ! Stehen unter schweren Beschuss! Der Helikopter darf nicht starten, Jensen! Alles klar. Na toll. Was? Den Signalverstärker stören? Nee. Ja, mach mal halblang. Mach mal halblang. Ich bin auch nicht der Schnellste hier. Jensen, der Sandsturm verschafft uns möglicherweise etwas Zeit, aber Sie müssen den Helikopter ausschalten. Ja, verstanden. Was? Ah, jetzt macht er es. Ähm, tödlich oder nicht tödlich? Das ist jetzt die Frage. So, wo geht's denn die Lanz? Okay, man kann diese halt betäuben. Uh, nice! Gefechtsgewehr. Dankeschön. Nimm ich alles mit, alles mit. Scheiße, wie viele sind das von denen? Mann am Boden! Mann am Boden! Wer? Jensen! Einsatzteam! Meldung! Es ist Singh! Wiederhole, Singh ist tot! Erstklassige Arbeit, Jensen! Sie scheiß Blecheimer! Was? Jensen! Der Helikopter startet gleich! Oh! 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 Wie viele sind es da von denen? Das ist unglaublich! Ja, okay. Ich starte mal wieder für neu. Vom, äh, äh, äh... Laden. Ähm, letzten Spielstand. Ich muss ein bisschen schneller sein. Okay, weil ich will, äh... Wie heißt der Nummer? Sing? Ja, sing mir ein Lied. Tralala. Den will ich nicht verlieren. Shit, das war knapp. Ja, äh, ja. Okay. Äh, kann ich jederzeit speichern? Ja, sehr schön. Ich kann jederzeit speichern. Sorry, das war jetzt mal ein Fehler von mir aus... Äh, von mir gewesen. Weil die Zwischensequenz werde ich jetzt da überspringen, weil wir haben die ja gesehen. Ich hab mich zu lange aufgehalten. Ja, kein Alarm. Gib mir deine Maschinenpistole. Du gibst mir deine. Und deine Munition. Jensen, wir sind im Atrium und beziehen Stellung auf den Terrassen. Wo sind sie? Noch unterwegs. Beeilen Sie sich! Feindlicher Helikopter im Anflug. Sandsturm nähert sich. Ist der Funkverstärker deaktiviert? Negativ. Nicht gefunden. Dann beten Sie, dass Sing's Tarnung hält. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ja, wo ist denn der Funkverstärker? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wo ist der Funkverstärker? Hm. Egal. Egal. Ja, nicht genügend Energie. So, die nehme ich mal mit. So, das Ganze noch einmal hacken. Ja, gut. Ich habe ja noch jede Menge Zeit. So ist es nicht. Ja. So. Ah, überspringen. Sehr schön. Geist. Okay. Scheiße! Sie rücken vor! Wir verlieren Sing. Jensen, ich erreiche ihn nicht. Ja, 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 ja. Ich hätte gerne noch eine Batterie. Nein, Inventar. Äh, wo war es dann gewesen, dass du jetzt die Biozelle genau benutzen. Jensen, der Sandsturm verschafft uns möglicherweise etwas Zeit, aber Sie müssen den Helikopter ausschalten. Ja, verstanden. Ja, ja, ja. Hui. Warum machen die einen Schaden? Warum machen die einen Schaden? Machen die einen Schaden, ey. Leck mich anpacken. Okay, noch einmal von vorne. Ich schätze sollten speichern. Ich schätze sollten wirklich speichern. Verdammt. Hm, das muss ich wieder von neu machen, oder was? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Scheiße, Sie rücken vor! Wir verlieren Sing. Jensen, ich erreiche ihn nicht. So, noch einmal, was so schön war. Ja, sekundär Sing beschützen. Ja, es sind eigentlich schon sehr, sehr viele. Der Sandsturm verschafft uns möglicherweise etwas Zeit, aber Sie müssen den Helikopter... Ähm, hier, hier, benutzen. Alles Niedermetzeln. Ernsthaft? Wow. Schmerzmittel, was machen die denn? Ah, okay, die geben mir Leben. So, ich greife die von hinten an, am besten. Ja, okay. Wow. Alter, wie viele von denen sind's denn? Unglaublich. Also, so viele sind's, hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Okay, schön. Wow, das war knapp. Jensen, Tempo! Der Helikopter startet gleich! Längst mit dem Wach! Los, wirts rein! Agent drückt vor! Feuer! Versteht ihr, wir weiß, weiß, nur? So, sehr schön. Freundliche Stellungen gesichert! Einsatzteam, erledigt den verdammten Helikopter! Jensen, wir haben keine Zeit. Jetzt oder nie, Sie müssen den Helikopter... ...ja, wie denn? Ehe, Luke eröffnen! Batterie deaktivieren, sehr schön. Miller, Helikopter ist an Bord. Pui! Jensen! Gern geschehen! Gern geschehen! Künstlichen Augen bis zu Arm und Bein zu teilen. Von Computern in Molekülgröße. Human kontrolliert die Evolution für alle zugänglich zu machen. Wir werden mit Maschinen verschmelzen. Mit Computern. Wenn das hier vorbei ist. Die Illuminaten, Männer und Frauen, die sie nicht mehr kontrollieren. Schreckliche Szenen auf den Straßen von Tichok. Wahnsinn hat die mechanisch augmentierten Menschen erfasst. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. Da draußen sterben Menschen. Milch ohne. Die Suche nach Überlebenden in Pancaya ist jetzt nur noch eine Rettungsaktion. Die Tschechische Republik führt eine wachsende Liste von Ländern an, die die Umsiedlung ihrer augenbetierten Bürger fordern. Es ist eine neue Welt, Adam. Sie hat Angst vor Menschen wie uns. Mit Bussen in sichere und abgetrennte Flüge. Gern geschehen hat heute seine Tür aufgeschlossen. Dass du wirklich der Optizwischenfall, würde das beenden? Wir waren Opfer. Das ist Vergeltung für eine Tragödie, die nicht zu kontrollieren war. Sie kontrollieren die Nachrichten. Sie begraben die Wahrheit unter Desinformation. Während der Desinformationen, vermutlich Autobomben. Ein neuer Terroranschlag. Diesmal auch ein Polizeibeviel. Der UN-Sicherheitsbank hat hinterfordert. Das neue Antiterror. Die Welt ist weltweit der Informationsbeschaffung und Bekämpfung. Ich lasse das nicht noch mal zu. Wie viel hat uns die Sache in Dubai gekostet? Sie kannten das Risiko. Wie viele Aktiva haben wir verloren? Alle. Der Sandsturm war keine Hilfe. Die Mission war ein Erfolg. Ihre Vorstellung von einem Erfolg ist ziemlich großzügig. Dennoch könnte dieses ganze Chaos bei dem Anschlag gut für uns sein. Interpol wird wochenlang verwirrt sein. Und die Leute werden durch unsere ständige Führung auf unsere Seite gezogen. Das Projekt ist nun mal langfristig geplant. Das war auch nie anders. Meinen Sie? Muss ich Sie daran erinnern, wie weit wir vom Kurs abgekommen sind? Der Opti-Zwischenfall hat die Gesellschaft gespalten. Die Lage ist schlimmer als geplant. Und sie wird jeden Tag instabiler. Das ist nicht hinnehmbar. Für den Erfolg unserer Vision müssen störende Elemente beseitigt werden. Es wird Ihnen niemand widersprechen. Lassen Sie mich nach New York fliegen, dann analysiere ich die Lage persönlich. Vielleicht haben wir schon genügend Stimmen für das Human-Restitutions-Gesetz. Also schön. Stanton, Sie begleiten ihn. Alle Gegner müssen durch finanziellen und politischen Druck mundtot gemacht werden. Los. Elizabeth, ich melde mich später. Das funktioniert nicht, Lucius. Trotz Dauts Geld. Rand wird in New York schwache, inkompetente Männer finden. Und da Nathaniel Brown nach wie vor eine Unbekannte ist... Natürlich. Deshalb verfolgen wir auch weiterhin unsere Alternativstrategie. Sie haben bisher viel beansprucht, Paige. Jetzt haben Sie die Chance zu liefern. Alles ist vorbereitet. Wir können dann jederzeit loslegen. Wie sicher ist Ihre Kommunikation, Bob? Janus hat seine Augen anscheinend überall. Er und sein Juggernaut-Kollektiv... Janus wird kein Problem sein. Dafür habe ich gesorgt. Hm, Dubai war das Fundament. Jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit. Paige, aktivieren Sie die Schläferzelle. Stunden murder des Zweigesten Spassersch defence. Planung von der Mansion House. Konečná stanice Ruhičkovo nádraží. Sie ist abiert, Minut. Miller, hier ist Janssen. Ich steige gerade aus dem Zug. Verstanden. Wir besprechen alles hier. Kommen Sie direkt ins Büro? Wenn es keine Probleme an einem Kontrollpunkt gibt. Ihre Papiere müssten in Ordnung sein. Senken Sie einfach den Kopf. Miller out. Hat aus. Cool. Was soll denn das heißen? Sie haben gerade meine Frau durchgelassen. Oh, tut mir leid. Wirklich. Ach, verdammt. Moment. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Ma'am. Ma'am? Echt jetzt? Ich hätte auch Schätzchen sagen können. Hast du meine Nachricht über Dubai gekriegt? Ich bin froh, dass du okay bist, Adam. Das klang mir ziemlich übel, Mann. Jedenfalls hatte ich nicht damit gerechnet. Wie Idee wäre das wahr? Deine Taskforce kriegt bestimmt was raus. Und zwar nicht dasselbe wie das, was das Juggernaut-Kollektiv rauskriegt. Schon irgendwie komisch, oder? Das Interpol ausgerechnet dein Team, das Prag-Team, nach Dubai schickt? Miller sagte, alle wären unterwegs. Infos gab's in letzter Minute. Wir waren das einzig verfügbare Team. Naja, das war eine Lüge. Willkommen im Tag, Optis. Wir sollten hier weg. Das Kollektiv überwacht sämtliche Abteilungen der Taskforce, seit wir dich in eine davon eingeschleust haben. Es gibt ein Team in Oman, das viel schneller vor Ort gewesen wäre. Also warum dann wir? Keine Ahnung. Wenn die Illuminaten hinter der Taskforce stehen, wie wir alle vermuten, ergibt der Überfall keinen Sinn. Moment. Es sei denn, wir sollten etwas Bestimmtes sehen. Offiziell. Weiter nicht. Auge wem! Sie präftet sie Papiere. Sie präftet sie Papiere in der Inspektion. Mach keine Szene, Herr Rind. Ich denk nicht dran, Alex. In den letzten Tagen ist es hier noch schlimmer geworden. Alle haben Todesangst, dass verängstigte Optis wie wir sie erneut angreifen müssen. Wenn jemand angreifen, behandle Menschen lange genug wie Tiere, dann verhalten sie sich auch so. Du sagst das, als könnten wir nichts dagegen tun. Ich hab's vor zwei Jahren versucht. Hat nicht geklappt. Und? Sollen wir einfach aufgeben? Hass und Vorurteilen das Feld überlassen? Niemals, vergiss es. Ich sage nur, dass ich den Feind sehen muss, Alex. Die Männer, die alles verursacht haben, die waren Powerbroker. Die muss ich aufhalten. Ich dachte, du wüsstest das. Das tue ich. Du, ich, das Juggernaut-Kollektiv? Wir versuchen genau das. Aber das heißt nicht, dass wir blinden sind. Dann hilf mir, sie zu finden. Dann hilf mir, sie zu finden. Zurück in die Schlange, Sir. Okay, okay. Ich stell mich an und warte. Halt! Ihre Papiere! Lassen Sie auf sich auf, Techno! Ich hoffe nicht, dass Sie das tun! Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben! Wir lassen Sie das nicht an! Machen Sie es nicht schwerer, als es sein muss! Stopp! Ich hasse diese Stadt. Komm jetzt! Wenn du mit Dubai recht hast und die Illuminaten dein Team als Zeugen brauchen, müssen wir den Grund dafür rausfinden. Wer hat den Einsatzbefehl erteilt? Miller. Aber es kam wahrscheinlich von jemandem weiter oben. Er kann trotzdem eingeweiht sein. Schon mal vom NSN gehört? Im neuralen Subnetz. Die Direktoren von TF29 planen damit Operationen und kommunizieren privat im Cyberspace. Was ist das? Flüsterchip. Ein Abhörgerät, das Janus speziell für das Motherboard, das NSN entworfen hat. Ah, der unfassbare Janus, Anführer der Hektivisten. Ob ich den jemals treffen werde? Eines Tages vielleicht. Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN Motherboard... Hm. Wow. Alex, alles okay? Ja. Ja. Nichts wie raus hier. Mama, Mama, wo bist du? Mama! Mama, wo bist du? Ich brauche Hilfe! You see, it is mine. Okay. Sei vorsichtig. Wir reden später. Mama! Bitte! Bitte! Bitte, gib mich da! Geh mal zur Seite, ich helfe dir. Ich brauche Hilfe! Mama! Mama, wach auf! Mama! Gänsehaut. Mama, du musst aufwachen! Mama! Mama, bitte! Mama, bitte! Mama, Mama! Mama, Mama! Mama, Mama! Mama, Mama, Mama! Mama, Mama, Mama! Halt rein. Scheiße. Alex, hier ist Adam. Hey, du klingst beschissen. Wie geht's dir? Angeschlagen, aber wird schon. Bist du okay? Ah, ja. Ja, ich bin okay. Hab schon Schlimmeres erlebt. Mann, die Sache ist echt krass, was? Alex, meine Systeme spielen ein wenig verrückt. Ich muss sie nachsehen lassen. Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein. Nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald. Gut, dann würde ich sagen... Ja. Es hat bei mir da einige Stellen gegeben, wo es bei mir ein bisschen geruckelt hat, aber... Was soll's. Ja. Dann würde ich sagen, war's, was gewählt ist mit dieser Folge. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dennne. Tschüss. 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 Vielen Dank.